Der Via Julio Augusta Konzertsommer ist heuer zum ersten Mal der Via Julio Augusta Kultursommer. Heuer kommt als zusätzliches Element zu den vielen schönen Klangabenteuern auch eine Ausstellung dazu. Und wie immer die große, wunderbare Vielfalt an musikalischen Stilen von Barockmusik wie Vivaldi Bach bis zu den Klangschöpfungen der Musiker unserer Tage. Mindestens genauso außergewöhnlich ist der Standort, den sich Helga Böchheim für dieses Konzert ausgesucht hat, die Specken. Der Konzertort an der Bergstation des Skigebietes Vorhegg ist zukunftsweisend, denn die Via-Gemeinden haben beschlossen, das beliebte Familienskigebiet als geografische Verbindung von unterem Lesachtal, oberen Trautal und oberen Geiltal zu einem ganzjährig attraktiven Wanderberg zu machen. Das ist einmal etwas extra Besonderes, dass wir uns im Sommer einmal herumtreffen auf der Bergstation, auf der Specken. Und schön wäre es noch gewesen, wenn man mit dem Sessel hätte können auferfahren, aber das steht noch in den Sternen und kann in weiterer Folge vielleicht einmal passieren. Eine weitere Besonderheit des Via Juli Augusta Kultursommers ist das eigens für das 10-jährige Jubiläum entworfene Klanglogo, welches der Kunst- und Konzertreihe einen besonderen Wiedererkennungswert verleihen soll. Der Via Juli Augusta Kultursommer möchte zum 10-jährigen Jubiläum in dieser Form, es gibt ihn ja schon länger, aber mit diesem Programm Musik aus allen Richtungen und von mir kuratiert im 10. Jahr. Dafür haben wir uns einfach etwas Besonderes ausgedacht und dieses Klanglogo, das uns Paul Schubert komponiert hat, bringt als musikalische Miniatur in 40 Sekunden Sound und Seele des Via Juli Augusta Kultursommers musikalisch auf den Punkt. Wir haben es ja jetzt schon in mehreren Varianten gehört, von unterschiedlichen Ensembles, auch von einem Orchester. Und heute zum Herzstück des Konzertsommers ist der Komponist selber da und wir hören es von ihm persönlich, so wie es in der Originalfassung eingespielt ist mit der Saxophonistin Vicky Pfeil. Grundsätzlich war es so, dass die Helga auf die bezaubernde Idee gekommen ist, überhaupt für ihr tolles Festival ein Klanglogo in Auftrag zu geben. Und für mich ist es eine besondere Ehre, dass sie mich als Jungkomponierenden gefragt hat, das zu übernehmen. Das Ausgangsthema war Respekt und auf Augenhöhe, wobei ich alles, was mir dazu musikalisch als auch inhaltlich eingefallen ist, versucht habe, in diese wenigen 40 bis 50 Sekunden zu packen. Und es ist dann auch noch ein größeres Stück draus geworden. Das wird so 10, 11 Minuten dauern, das werden wir auch heute uraufzuführen versuchen. Das wird so 10, 11 Minuten dauern, das wird so 10, 11 Minuten dauern. Das wird so 10, 11 Minuten dauern, das wird so 10, 11 Minuten dauern. Das Trioakzent steht für Akkordeon, Pop, Ethnomusik, Minimal, Lounge. Also eigentlich dafür, dass man es nicht in eine Schublade packen kann, den Musikstil. Es gibt keine Genrebezeichnung. Wir haben immer versucht, uns eine Genrebezeichnung selbst zuzuschreiben, aber das ist schwierig. Es steht für zwei Akkordeons und ein Saxophon, die es sich ordentlich geben auf der Bühne. Musik 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 Goodbye to my 400 by Rosalita Adios, mis amigos, Jesús y María You won't have your names when you ride a big airplane All they will call you will be deportees A sky blink of fire over Los Gatos Canyon A fireball of lightning that shook all our hills Who are all these friends? All scattered like dry leaves The radio says they are just deportees Goodbye to my 400 by Rosalita Adios, mis amigos, Jesús y María You won't have your names when you ride a big airplane All they will call you will be deportees Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves, to rot on my topsoil And be called by the name Except deportees Goodbye to my 400 by Rosalita Adios, mis amigos, Jesús y María You won't have your names when you ride a big airplane All they will call you will be deportees All they will call you will be deportees Goodbye to my 400 by Rosalita Adios, mis amigos, Jesús y María You won't have your names when you ride a big airplane All they will call you will be deportees Amen.